da vorne ist die insel das ist ja das ist die richtige ja das ist sehr richtig rechts bitte ja wohl ja so langsam kommen auch die konturen besser da rein und es nicht nur einfach ein sehr glattes land ja ich sehe die wergebank das ist doch super ja ist in zwerg sehr schön nicht fragen nicht fragen meine definition von alles richtig gemacht wäre eine andere guck mal hier direkt mal aufräumen hier kommen kommen oder auch mit den steinen hier schiff ist angelegt wie sieht das hier aus sind drin das hätten wir auch mal mitnehmen können wir denken etwa ein jahr hätten eigentlich tun können so weit haben wir denn hier da haben wir du wolltest ein portal bauen da in die ecke wollte das haben und dann kommen wir stellen das einfach hier vor wir stellen das hier mitten vor die werkbank das doof muss ich versuche es gerade aber also dass das beste was ich fehlende voraussetzung edelholz gibt mir mal ein edelholz hier wenn es doch schon so sind ja so ich schlieg mich hin ich schlaf eine runde aber fragen sie wie nicht verbunden tschüss wie tschüss ich wollte eben sachen wegbringen hier und holen die augen brauchen wir nicht brauchen wir nicht nicht das können wir mitnehmen das können wir mitnehmen das können wir mitnehmen bist du wieder hier ja hier ja ich sortiere das haben wir hinten ein wenn du willst wahnsinn hätte ich jetzt nicht gemacht weil ich würde jetzt wieder zurück ein bisschen ordnung nur ein bisschen aber ich wollte jetzt wieder zurück ja ist ja auch in ordnung aber trotzdem kann ich wollte jetzt wieder zurück tschüss ach herrlich die position war die position war richtig scheiße von dem portal nur für dich bist du rausgekommen ja logisch wie ist denn das hingekriegt ja du standst auf mir und hast mich da rausgeschubst oder wieder zurückgeschubst ist das ein hin und her hier ja komm raus äh ich weiß nicht wie da lang also ich gehe jetzt zum haldo hoch war mir klar willst du mitkommen da fragt der noch wisst ihr da fragt der noch ja ja so ist das brauchst du nur eine oder zwei angeln holen also angel hätte ich jetzt eine gesagt ja ok weil hier kommen wir stehen auf kopf ja ich stehe auf kupfer hast du recht weil warum sollen wir mehr nehmen ja die können wir in die kiste liegen genau wie mit dem flug da brauchen wir auch keine zwei von sprach der der nach dem spiel alles in der tasche hat vielleicht ich stehe auf kupfer jetzt hier so ein troll wäre praktisch warum dann könnte man noch mal ein bisschen hier du willst du was ich sterbe nein ich will gold haben so hallo hallo also guck mal ich hab 1191 gucken wir mal was passiert denn wenn ich verkaufe oh 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 also wir haben 2421 wie viel 2421 2421 ja was ist der mining gerard das ist damit können wir genau damit können wir irgendwie an 450 statt 300 tragen äh lass mich kurz überlegen hochrechnen 1800 1900 ja bleiben noch 500 die angelrute äh zwei von dem also zwei von denen ne genau die angelrute und zweimal köder würde ich sagen dann haben wir 100 köder jetzt haben wir noch 150 über ja so warte 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 hier hast du ein meningirat vor da rumliegen und wenn man den ausrüstet ja 450 statt äh statt ne so willst du die angel haben damit es nicht wieder heißt ich behalte das alles nein 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 wir gehen jetzt das zeug mal eben wegpacken und dann kümmern wir uns mal um den alten da ja aber erst schlafen wir also sobald wir wobei wacht mal hier müsste sumpf sein ne weißt ich nicht da willst du doch jetzt nicht hin ich will nur mal lucky lucky ich will nur gucken ja 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 ich bring den zu ich kam hier mal zurück hallo bisher schamane ich hab schon wieder keine ausdauer ist doch nicht wahr und wird ist ein größter fall in dem film in dem spiel ich habe es gefunden ich habe zehn gefunden das ist auch cool jede menge das ist noch cooler wir haben auch noch 17 im boot warum steht das häuschen auf einer insel das ist ja aus wie alcatraz ist echt geil gemacht ich mir nachher dann auch mal an aber erst mal bringe ich das solche weg und will den alten legen natürlich bin ich ein mecker fritze hallo hallo jetzt habe ich hier wieder kernholz aufgenommen weil irgendjemand ja meint er müsste hier überall sein kernholz verteilt ich will ja nicht hetzen aber da würde ich ja direkt ausrasten ja kann ich voll und ganz nachvollziehen wie viele brauchen wir von diesen uralten samen 3 ich packe mal die anderen lieber in die kiste ja kannst du tun okay dann auch mal schlafen weil sonst habe ich nämlich keinen spawnpunkt hast du dir denn hier nicht gesetzt ach so wird du hast gerade da drüben geschlafen nur so hatte ich ja da wollte ich mir ja so weißt du so letzte abend in der heimat aber nein der sprengt durchs portal haut einfach ab ja so ist das leben hat aber herzlos du elendige wirst du stehst am buch eines über den weltweiten der ja kennen wir schon alles schon tauschen mal gehört tauschen mal das braucht man hat da braucht man so sagt 100 das ist auch ein guter tag um den alten zu legen kommst du mit warte warte ich muss über taschen hier machen ich mache die taschen leer haben wir hier federn ja wir haben hier jede menge federn sogar dabei sie können da keine pfeile bauen weil da müssten wir erst noch so ein hackklotz dahin machen dafür wird die hütte langsam ein bisschen eng gar nichts machen pfeil umbogen wird man nicht loben verbrennen verbrennen ihren nachwuchs fangen sie mal an herr kollege müsste da ich warte hallo ob der scheiße doch hoch das muss sehen wo der herkommt ach du scheiße weil sie weil sie Das ist auch ein paar Teigen. Unter der Ola Ah, Scheiße, ich muss hier weg. Fuck, ich bin gestorben. Wieder irgendwas hängen geblieben, weil ich nichts sehen konnte. Aber ist ja nicht weit. Nö, diesmal nicht, ne? Nö. Heieieiei. Oh, Scheiße, die Scheiß-Dings hier, die Scheiß, die Scheiß. Fuck, fuck, fuck. So, ich bin mal eben kurz weg. Hui. Das, das, das. Anziehen, 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 das nehmen, ausrüsten und den. So. Ich mache mich mit tot. Sehr schön. Macht ja nichts. Schön. Das passt ja jetzt gar nicht. Wo ist er eben? Ähm. Also, bei mir wird er noch angezeigt. Ja, ja. Genau da, wo mein Grabstein steht. Genau da, wo mein Grabstein steht. Oh, die Säulen sind hilfreich. Verbrenne ihren Nachwuchsschilder. Oh, du bist tot. Haha. Aha. Schön. Warum gehe ich da auch nicht auf Seite? Das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, ne? Ach, Eiktür, helf mir. Stimmt, ich muss die Sachen anziehen, ne? Ja. Oh, keine Ausdauer. Oh. Oh. Hm? Bist du tot? Nein, ich bin konzentriert. Konzentriert? Ja. Schön, dass da einfach brennend durch den Wald läuft, ne? Ja, Waldbandgefahr hat ja auch noch nix gehört. Eieieiei. Er hat aber auch einen mächtigen... Wie? Wieso muss man hier weg? Ähm, mächtigen Dingesbums hier. Wie heißt das? Ach, komm. So, hängt er da fest? Das ist ja schön. Scheint so, ne? Naja, jetzt nicht mehr. Nee, komm. Ja. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, wenn wir den mal so ein paar Dings da hingepackt hätten, ne? Ein paar Dings? Äh, ähm, 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 ähm. Na, wie heißt's? Ja, leider Feuer. Ja, aber mittlerweile machen die ja auch kaputt. Ja, aber er hätte ja trotzdem gebrannt dann. Ja, aber komm. Scheint drauf. Malle ist doch einmal im Jahr. Wir haben den schon ganz gut runtergekriegt und bisher nur einmal gestorben. Jeder. Das ist halt die Frage, zu dem... Okay, und solange er sich da hinten auffällt und uns halbwegs in Ruhe lässt, ist doch alles in Ordnung. Ja, jetzt hab ich wieder keine Ausdauer. Na, komm, den kriegen wir. Hallo! Na, das war dann eben. Oh. Ich hab noch 17 Pfeile. Äh, das ist wenig. Wie viel hab ich denn noch? Äh, 41. Oh, 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 oh. Kommt der jetzt wieder runter? Äh, ja, der kommt gerade zu mir. Der rum. Äh, fuck, 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 fuck. Ja. Was ist denn hier los? Äh, das ist definitiv. Ja. Ja. Nur drei hab ich. Äh, das ist ja nicht wahr. ist doch nicht wahr wird dahin steht ein troll ja jetzt kann man gleich ja was nichts machen ja gib mir deinen kopf hab ihn sumpfiger schlüssel sumpfiger schlüssel hast du auch eingekriegt nein warte sumpfiger schlüssel was kann ich jetzt damit machen keine ahnung teilweise von verkrüstetem schlamm bedeckt übel riechend so jetzt kann ich auch mal langsam eine hose anziehen kampf ist vorbei kann ich mir da auch nicht mehr rein machen ja du schmeißt da jetzt nicht noch mal welche rein also als schlüssel gegenstand wo alte schlüssel ja auch schon gesagt ja so wo stand der troll da ganz hinten da da in der ecke da hinten also weit genug weg dass er uns nicht interessiert ich glaube ich sehe ihn lassen lassen da hinten steht das war ja viel zu weit was natürlich sein könnte ja dass wir mit diesem wunderbaren schlüssel hinten an der eine häuschen da kommen was auf der insel steht ok und ob da drin irgendwas auf uns wartet ich weiß es nicht keine ahnung ich gehe jetzt erstmal in unsere hässlich waren wir in der nächsten folge genau bis dann macht's gut ich gehe jetzt direkt hier wo wo hier wo 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 wo